Wichtige Mitteilung an alle Arbeitgeber Liebe Arbeitgeber, ihr denkt immer, ihr wollt in Arbeit immer was Gutes tun, Gutes machen oder leisten, indem ihr ihnen einen Job gebt. Liebe Arbeitgeber, geht es mal andersrum. Ohne eure Arbeitnehmer wärt ihr nichts. Dann hättet ihr nicht mal eine Firma. Dann hättet ihr eine Ein-Mann-Firma, müsst ihr den ganzen Tag arbeiten und müsstet alles alleine machen. Die Arbeitnehmer sind diejenigen, die euch den Arsch frei halten. Liebe Arbeitnehmer, noch eine wichtige Mitteilung. Ihr denkt immer, dass wenn ihr sie einstellt, etwas Gutes leisten wollt. Und was macht ihr? Ihr stellt die Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag ein. Das bedeutet, aus Arbeitnehmersicht, ich weiß ja nicht, ob ihr selber schon Arbeitnehmer wart. Aus Arbeitnehmersicht ist das immer so eine Art, ich komme zur Arbeit mit dem Stempel, ich bin gekündigt. Ist das positiv, liebe Arbeitgeber? Was denkt ihr euch eigentlich dabei? Weil, ihr habt doch eigentlich eine Probezeit, immer vereinbart in euren Arbeitsverträgen für eure Arbeitnehmer. Diese Probezeit beträgt in der Regel sechs Monate, bei manchen Firmen drei Monate. Die Töne werden dann diesen Schuss auf. In der Regel sind die Töne, die in der Regel gebt, dort sind sie in der Regel gebt. Die Töne, die in der Regel ist die Töne. Die Töne kann nur so eine Möglichkeit werden, die die Töne bei der Töne von Werseben verhalten. Die Töne. Vielen Dank.